Der Lumens Visualizer besteht aus einer Kamera, die von oben auf eine beleuchtbare Fläche gefilmt. Damit können Sie im Unterricht problemlos kleine Texte und Objekte groß der anwesenden Klasse zeigen. Man kann sich den Visualizer im Grunde wie eine Weiterentwicklung eines Overhead-Projekters vorstellen. Starten Sie den Visualizer, indem Sie auf den Power-Knopf drücken. Schalten Sie nun mit Hilfe der Mediensteuerung den Monitor ein und schalten Sie den Input auf Dockcam. Das Kamerabild des Visualizers ist nun auf dem großen Monitor zu sehen. Sie können zum Beispiel analoge Textdokumente auf den Visualizer legen. Anders als bei einer PowerPoint-Präsentation kann man so problemlos gemeinsam mit den Studenten Notizen machen und wichtige Textpassagen markieren. Wenn das Bild nicht scharf ist, drücken Sie auf den Auto-Knopf. Die Kamera fokussiert dann automatisch. Sie können mit Hilfe des Visualizers auch Bücher für den Unterricht verwenden. Sie müssen keine Seiten mehr von dem Unterricht kopieren oder Inhalte in Ihre eigene Präsentation übertragen. Besonders praktisch ist der Visualizer, wenn Sie der Klasse kleine Objekte zeigen möchten. Der Visualizer ist nicht nur während des Unterrichts praktisch. Mit Hilfe des Capture-Knopfes können Sie ein Foto vom momentanen Kamerabild machen. Durch Druck auf den Playback-Knopf können Sie die aufgenommenen Fotos ansehen. Am Ende des Unterrichtes können Sie sie auf einen USB-Stick überspielen und Sie zum Beispiel den Studenten online als Skriptum zur Verfügung stellen. Mit Hilfe verschiedener Zusatzfunktionen können Sie Ihre Präsentation weiter verbessern. Wenn Sie etwa auf den Knopf mit dem Lampensymbol drücken, können Sie die Beleuchtungsart ändern. Je nachdem, was sich für Ihre Zwecke am besten eignet, können Sie zwischen Beleuchtung von oben, Hintergrundbeleuchtung oder gar keine Beleuchtung wählen. Mit den Zoom-Tasten können Sie näher an das hergezeigte Objekt herangehen oder weiter davon weg. Wenn Sie etwa ein kleines Buch oder ein Handy auf den Visualizer legen, sollten Sie dieses für beste Lesbarkeit bildfühlend machen. Mit dem Menü-Knopf haben Sie Zugriff auf weitere Funktionen. Mit der Pan-Funktion können Sie näher an bestimmte Teile des Bildes herangehen, etwa an eine Grafik in einem Buch. Mit der Picture-in-Picture, kurz Pip-Funktion, können Sie etwa ein aufgenommenes Bild mit dem Live-Bild vergleichen. Als Live-Bild wird hier immer jenes verwendet, welches Sie im Playback-Menü ausgewählt haben. Wenn Sie sich genau über alle vorhandenen Zusatzfunktionen des Lumens Visualizers informieren wollen, finden Sie den Link zu einer Gebrauchsanweisung des Gerätes unten in der Videobeschreibung. Wenn Sie mit Ihrer Präsentation fertig sind, speichern Sie all Ihre Daten auf einen USB-Stick und schalten Sie den Visualizer aus. Vergessen Sie nicht, auch den Monitor über die Mediensteuerung auszuschalten. Gesamtinnen-Schön. Gesamt-Groß. 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 Gesamt-Groß.